Musik Jetzt bei FMB Fachmarkt Blasinstrumente in Gütersloh. Die neue Vierviertel-B-Tuben der Josef Lidl Moldau Serie bestehen aus sieben Modellvarianten. 684-4M mit einem Messingkorpus und einem Mundrohr aus Goldmessing ohne Kranz. 684-4L mit einem Messingkorpus und Latschmundrohr in Neusilber ohne Kranz. 684-4MR mit einem Messingkorpus, Medium Mundrohr aus Goldmessing und mit einem Neusilberkranz am Schaltstück. 684-4L-R mit einem Messingkorpus, einem Latschmundrohr in Neusilber und mit einem Neusilberkranz am Schaltstück. 784-4M mit einem Goldmessingkorpus, einem Medium Mundrohr aus Goldmessing und mit einem Neusilberkranz am Schaltstück. 784-4L mit einem Goldmessingkorpus, einem Latschmundrohr in Neusilber und mit einem Neusilberkranz am Schaltstück. 884-4 Deluxe mit einem Messingkorpus, einem 45 cm Schaltstück aus Goldmessing und einem Latschmundrohr aus Neusilber sowie einem Trimmer am zweiten Ventilzug. Der Neusilberkranz am Schaltstück ist bei den Modellen 684 aus Messing optional und bei den Modellen 784 aus Goldmessing serienmäßig. Dieser Kranz verleiht dem Instrument eine höhere statische Stabilität und fokussiert sowohl die Ansprache als auch die Klangabstrahlung. Die Moldau M besticht mit einem Medium Mundrohr durch eine äußerst leichte und zentrierte Ansprache und einer überaus komfortablen Luftführung. Der Klang dieser handlichen Tuba ist kernig tragend und nicht zu dunkel. Sie kann sowohl im symphonischen Blasorchester als auch in einem kleinen Posaunenchor eingesetzt werden. Die Moldau L überzeugt mit einem Latschmundrohr durch einen großen, dunklen symphonischen Ton. Diese Tuba lässt alle Dynamiken von Pianissimo bis zum Fortissimo zu und genügt in ihren Eigenschaften professionellen Ansprüchen. Lidl Moldau – unsere Top-Empfehlung in Spielbarkeit, Verarbeitung und Preisleistung. Lidl Moldau Moldau Lidl Moldau Lidl Moldau